Alter, das ist wirklich motivierend! Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Joa, okay. Da reden wir nochmal drüber. Ja, okay, da sind wir schonmal erster. Ziehen wir uns mal mit Nitro durch und dann war's das auch.